Hallo zusammen, willkommen auf meinem kleinen Kanal. Ich wollte euch meine Lieblingstomate mal vorstellen, die ich jetzt seit einigen Jahren im Test habe. Ich halte die Tomate für eine der besten Tomaten, die man aktuell anbauen kann im Garten. Zur Einordnung, ich baue seit über 20 Jahren Tomaten an und habe schon jegliche bekannte Sorten getestet. Alles, was irgendwie Rang und Namen hat, die besten Tomaten, alle durchprobiert, auch mehrere Jahre hintereinander. Denn das variiert natürlich stark, je nach Tomatenjahr, schmecken die gut oder nicht gut. Und ja, die Tomate hier habe ich jetzt auch seit einigen Jahren im Programm und jetzt ist es an der Zeit, ein Fazit zu ziehen. Und ich bin schwer begeistert und möchte euch die mal ganz kurz zeigen. Bei der Tomate handelt es sich um eine Cocktailtomate, total unscheinbar, ungefähr in der Größe von einer Black Cherry, vielleicht ein bisschen größer. Aber sie hat hier unten so einen ganz typischen kleinen Zipfel. Man sieht es hier an der. Das ist typisch für die Sorte. Es ist eine ganz moderne, samenfeste Sorte. Ich glaube, 2007 wurde die in den Markt gebracht. Aber nur weil die moderne ist, heißt sie nicht, dass die schlecht ist. Denn die ist nur für den Hobbygarten gezüchtet und daher auch extrem lecker. Denn bei Züchtung für den Hobbygarten ist der Geschmack das oberste Zuchtziel, anders wie bei Tomaten, die für den Handel gedacht sind. Da hat der Geschmack meistens eine untergeordnete Rolle. Aber bei Hobbygartenzüchtung ist der Geschmack sehr wichtig. Und das schmeckt man auch. Die ist unglaublich lecker. Der Geschmack der Tomate ist echt unglaublich intensiv und aromatisch. Sehr, sehr fruchtig. Wenn ihr den richtigen Greifegrad erwischt, denkt ihr, ihr beißt in einen Pfirsich rein. Das ist echt krass. Also unglaublich. Das ist, ja, man kann das, müsst ihr mal ausprobieren. Echt Wahnsinn. Allerdings ist das bei der Tomate ein bisschen schwierig, den richtigen Reifegrad zu ermitteln. Denn das Reifefenster ist sehr eng. Wenn ihr da einen Tag zu früh erntet, schmeckt die nicht so gut, wie wenn ihr die einen Tag später erntet. Das ist komplett eine andere Tomate. Also das ist nicht wie bei anderen Sorten, die über eine lange Reifezeit relativ konstant gut schmecken. Bei der ist das relativ eng. Da müsst ihr probieren, um den richtigen Reifegrad zu erwischen. Dann haut ihr euch aus den Socken. Also ruhig mal durchtesten und einfach gucken, wann es für euch am besten schmeckt. Von der Wuchsfähigkeit her kann ich sagen, die ist sehr, sehr vital. Wunderbar resistent gegen Krautfäule. Sehr, sehr wuchsstark. Also ungefähr, ja nicht ganz so wuchsstark wie eine Black Cherry, aber schon überdurchschnittlich stark im Wuchs. Sehr gesund. Und der Ertrag ist auch überdurchschnittlich hoch. Wirklich jede 20 Zentimeter kommt eine schöne Rispe. Und sehr ertragreich. Auch jetzt noch im Spätherbst immer noch mega viele Tomaten dran. Also vom Ertrag her auch überdurchschnittlich. Und ja, der Geschmack ist einfach das, warum man die Tomate anbaut, ist echt irre. Wichtig ist noch bei Tomaten zu erwähnen, nicht in jedem Garten schmeckt jede Sorte gleich gut. Zum Beispiel schmeckt bei mir im Garten die hochgepriesene Journey Prince überhaupt nicht gut. Absolut langweilig. Kann ich nicht nachvollziehen, worum die so gelobt wird. Bei mir schmeckt die echt sehr, sehr fade und ist nach zwei, drei Jahren direkt wieder aus dem Programm geflogen. Wie gesagt, in jedem Garten schmecken die verschiedenen Sorten unterschiedlich. Da müsst ihr einfach mal probieren. Es kann sein, dass die Tomate hier, die ich euch jetzt gerade vorstelle, bei euch gar nicht schmeckt. Müsst ihr einfach mal probieren. Das hängt einfach von so vielen Faktoren ab. Bei mir im Garten ist mit Abstand die leckerste Tomate. Jetzt möchte ich euch noch kurz verraten, wie die Sorte heißt. Und zwar ist es die Rutje. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, wobei die relativ unbekannt ist. Aber wenn ihr mal zur Rutje euch ein bisschen schlau macht, durch die Bank weg wird die auch als eine der besten Tomaten angepriesen. Und das kann ich wirklich bestätigen. Die Rutje ist absolut top. Eine richtig tolle, moderne, samenfeste Sorte. Sehr zu empfehlen. Baut ihr mal an. Ich hoffe, das Video war euch eine kleine Hilfe. Vielen Dank und ich freue mich über jeden Daumen hoch. Bis demnächst. Tschüss.